Heute geht es mal wieder um Speicherkarten. Muss es immer die teuerste sein oder reicht vielleicht auch ein etwas günstigeres Modell? Wir haben uns wieder durch sehr viele Speicherkarten und vor allem sehr viele Kameras getestet, um euch den besten Marktüberblick zu bieten, den ihr hoffentlich irgendwo finden könnt. Also schaut auch mal rein, was für das Jahr 2021, 2022 die Kaufempfehlungen sind in verschiedenen Preisbereichen von High-End bis einfach nur günstiges. Warum eigentlich in Kameras getestet? Ich kenne viele Tests im Netz, die tatsächlich einfach nur sich hier so einen Kartenleser schnappen, dann da einmal einen Benchmark drüber laufen lassen und sagen, ey, guckt mal, das ist die beste Speicherkarte zum Fotografieren oder zum Filmen. Wenn denn überhaupt getestet wird, oft in solchen Ranglisten stehen ja einfach nur die Zahlen vom Hersteller drin. Man vertraut blind darauf, dass das irgendwie in der Praxis so hinhaut. Und meine Erfahrung, ich teste jetzt glaube ich seit zwölf Jahren in etwa Speicherkarten, ist, dass es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen, wie schnell kann so eine Kamera auf die Speicherkarte draufschreiben und wie schnell geht das unter Optimalbedingungen mit so einem Benchmark im Kartenleser am PC oder Mac. Deswegen den Test, den wir machen, Serienbildaufnahmen nicht nur mit einer Kamera, sondern mit vielen verschiedenen Kameras, bilden daraus dann einen großen Mittelwert. Und wenn es ums Auslesen geht, da ist das hier dann einfach natürlich wieder Praxis näher, macht man eben den Test am PC. Und daraus wiederum dann aus Schreibwerten und Lesewerten von vielen Kameras und einigen Kartenlesern, ich glaube sieben Stück sind es an der Zahl, wird dann so ein großer Mittelwert gebildet. Und dann hat man eben ein schönes Endergebnis, welche Karten sind richtig gut oder auf jeden Fall richtig gut für den Preis, den man am Ende raus hat. Und damit würde ich sagen, ab ins Video, eingeteilt so in drei Bereiche, drei verschiedene Performance- und Preisklassen und dann auch nochmal so einen kleinen Exkurs, was ist vielleicht nicht so empfehlenswert oder wo sollte man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, um es ein bisschen freundlicher zu formulieren. Auf geht's! Wir fangen direkt mal an mit der Oberklasse und hier ein kleiner Exkurs Richtung Technik muss leider noch sein. Es gibt zwei grundlegend verschiedene Arten von SD-Speicherkarten, so würde ich es mal formulieren, zumindest was die Geschwindigkeitsklassen angeht. Das sind einmal die alten UHS-1-Karten, könnt ihr hier sehen, die haben hinten eine Kontaktreihe und dann daneben UHS-2, eine neuere Karte oder schnellere Karte, um es genauer zu sagen, mit zwei Kontaktern. Auf der Rückseite kann man sich vielleicht so gut merken, UHS-1 hat eine Reihe, UHS-2 hat zwei Reihen. Das wird zwar die Neues mit UHS-3 nicht mehr funktionieren, die hat auch nur zwei Kontaktreihen, aber sei es drum, für den Moment passt es auf jeden Fall. Diese UHS-1-Karten mit einer Kontaktreihe können maximal, theoretisch kommen wir später noch darauf zu sprechen, 104 MB pro Sekunde erreichen. Die UHS-2-Karten sind dreimal so schnell, bis zu 312 MB pro Sekunde gehen da. Jetzt im ersten Teil geht es eben nur um UHS-2, also die wirklich, wirklich schnellen Karten. Und hier würde ich einfach sagen, wenn es euch nur, in Anführungszeichen, um die Geschwindigkeit geht, könnt ihr von allen großen Markenherstellern zum Topmodell greifen. Da gibt es keine gigantisch großen Unterschiede, da reden wir vielleicht über 10, 15 Prozent im Mittel. Außer ihr habt jetzt, ja, oder sucht ein bisschen spezieller genau für eure Kamera die passende Karte. Dann schaut doch mal gerne bei uns vorbei auf speicherkarten.guru. Link jetzt auch in der Infocard drin. Da haben wir auch nochmal die einzelnen Messwerte für die ganzen Kameras für euch parat. Da könnt ihr reinschauen. Es gibt ganz selten irgendwie mal sowas wie Inkompatibilität, nicht im Sinne von, es funktioniert gar nicht, aber aus irgendeinem Grund ist halt Speicherkarte X in Kamera Y langsamer, als sie es eigentlich sein sollte, aufgrund der Mittelwerte, die wir haben. Aber sonst könnt ihr da eigentlich drauf vertrauen, wenn ihr von den Markenherstellern, das heißt zum Beispiel so eine Angelbird V90 oder Delkin Power oder Kingston Canvas React Plus, Alexa 2000-fach, Prograde in der V90 oder Platin Variante, eine Sony TUF-G, irgendwas in dem Bereich holt. Das ist alles schnell. Wie gesagt, 10, 15, vielleicht 20 Prozent im Höchstfall gibt es ja Differenzen, aber die erreichen alle in der Praxis Schreibgeschwindigkeiten von 200, 250 MB pro Sekunde. Da limitiert in der Regel eher die Kamera als die Speicherkarte. Da könnt ihr gut zugreifen. Es gibt aber so zwei Tipps, die ich da aus der Gruppe nochmal gern hervorheben würde. Das eine wäre die Sony TUF-G. TUF ist hier ja auch Programm der Name, denn die Speicherkarten sind deutlich robuster, muss man noch sagen, als das, was ihr im Mittel so bekommt. Also auch andere Speicherkarten fallen es nicht direkt auseinander, aber die TUF-Karten klingen schon anders, wenn sie mal runterfallen. Sie sind wirklich massiv eingegossen. Da könnt ihr draufdrücken, wie ihr wollt. Also die halten auch wirklich nachweislich mehr aus als reguläre Speicherkarten. Wobei ich mir persönlich sage, mir sind andere Speicherkarten auch noch nicht mechanisch kaputt gegangen. Also von daher, wenn ihr in sehr, ja, harten Umgebungen einfach arbeitet, wo die öfter mal runterfallen können oder wirklich mal jemand drauf tritt, was auch immer. Kann ja einfach sein. Dann ist so eine TUF-Karte in Überlegung wert. Die sind dazu noch die aktuell schnellste Karte, die wir überhaupt im Test hatten, die Sony TUF-G. Also auch in Sachen Geschwindigkeit büßtet ihr überhaupt nichts ein. Aber ihr zahlt natürlich ordentlich Geld. Und da kommen wir dann auch zum zweiten Tipp und auch zum zweiten Mal in Folge. Das ist die Kingston Canvas React Plus. Und der große Vorteil an der Karte hier ist nicht, dass sie jetzt besonders schnell ist. Also sie ist extrem schnell, Platz 1 bis 3 in der Regel in den Kameras. Also eine der schnellsten Karten, die ihr derzeit überhaupt bekommen könnt. Aber sie ist noch dazu ziemlich günstig. Ihr bekommt die Karte in der Regel sogar mit einem passenden Kartenleser, für den ihr sonst normalerweise auch 10, 20 Euro nochmal extra bezahlt. Und trotzdem seid ihr bei 128 GB in der Regel unter 100 Euro dabei. Und das ist für die schnellen Karten ziemlich gut. Mal zum Vergleich, so eine Sony TUF-G mit 128 GB, da ist man in der Regel über 200 Euro los. Also ihr seht schon, so Faktor 2 bis 3 im Schnitt kann man mit der Kingston-Karte sparen. Deswegen, wer sehr viel Leistung sucht und es muss halt keine, ja, jetzt Wuggedized-Karte sein oder TUF-Karte von Sony. Denn wäre die Kingston-Karte auf jeden Fall ein Blick wert. Kleiner Nachteil, man bekommt sie in der Regel fast nur online und primär bei Amazon. Das heißt, wer da nicht kaufen will, muss vielleicht auch noch ein bisschen anders schauen. Aber das wären so meine zwei großen Empfehlungen. In der Mittelklasse habe ich eigentlich nur, in Anführungszeichen, zwei Empfehlungen. Das ist einmal die Alexa 1667-fach und die Sony E-Serie. Beides sind UHS-II-Karten wieder, also immer noch mit zwei Kontaktreihen. Allerdings sehr speziell aufgelegt. Sie haben eine ziemlich hohe Lesegeschwindigkeit. Das heißt, so um die, naja, 150 bis 250 MB pro Sekunde bekommt ihr raus. Mit einem passenden Kartenleser könnt ihr also größere Datenmengen am PC, Mac, wo auch immer sehr flott auslesen. Die Schreibgeschwindigkeit ist dagegen eher so auf dem Niveau von richtig guten UHS-I Speicherkarten. Das heißt, die Karten sind vor allem, zumindest in meiner Erfahrung, sehr spannend für die Leute, die jetzt nicht das allerneueste Kameramodell haben, vielleicht noch mit einem UHS-I Speicherkarten-Controller, die also von den richtig, richtig teuren Karten gar nicht so profitieren können, aber immer noch sagen, naja, auch wenn ich nicht schnell in der Kamera schreiben kann, ich würde sie zumindest gerne immer noch flott am PC auslesen. Und das sind die einzigen beiden Karten, die für mich da so aus Preis-Leistungssicht irgendwie halbwegs sinnvoll sind. Ihr zahlt hier für die 128 GB im Schnitt so um die 50 Euro. Also nochmal ein gutes Stück günstiger immer noch als die immer schon sehr günstige Kingston-Karte, die wir gerade hatten. Und wie gesagt, sehr schnelle Leseleistung, ziemlich gute, solide nennen wir einfach mal, Schreibgeschwindigkeit in Kameras drin, finde ich beides einfach einen sehr spannenden Kompromiss. Jetzt geht es aber langsam in Richtung UHS-I Speicherkarten mit einer Kontaktreihe, das ist die Kingston Canvas Select Plus, ganz wichtig auf das Plus achten. War letztes Jahr schon der Preis-Leistungstipp im, ja, oder einfach Preis-Leistungstipp, wer sagt, ich baue jetzt nicht die höchste Geschwindigkeit, aber immer noch eine solide Karte, soll jetzt nicht irgendwie mich groß ausbremsen, mein Fotografieren. Ich mache jetzt vielleicht nicht so oft Bildserien oder habe doch eine ältere Kamera. Das wäre die Karte, wo ich so hingehe. Ihr kennt vielleicht so einige Bestseller, so eine SanDisk Extreme Pro 95 MB pro Sekunde. Das war ja viele Jahre so die Karte, die viele gekauft haben. Die Speicherkarte hier ist ähnlich schnell und ihr zahlt für die 128 GB in der Regel so um die 20, 25 Euro, manchmal auch noch unter 20 Euro. Also einen wirklich fairen Preis, den man da rausbekommt. Und es ist immer noch ein Markenhersteller. Kingston ist seit vielen, vielen Jahren mittlerweile dabei. Da habe ich also persönlich auch keine Angst im Sinne von, die Speicherkarte stirbt mir irgendwann weg. Wir hatten sie jetzt selber auch schon einfach mal öfter mal Videodrehs dabei, um sie jetzt wirklich zu fordern. Alles gut, auch bei Kundenbewertungen liest man sehr wenig davon, dass es jetzt irgendwie Ausfälle gibt und es ein absolutes Massenprodukt. Also das wäre so eine Karte, wo ich sagen würde, kann man auf jeden Fall zugreifen. Und jetzt, wie eingangs schon erwähnt, noch so eine kleine Kategorie von Speicherkarten, die eigentlich auf dem Papier erstmal sehr schnell klingen, aber in der Praxis dann einen ziemlich großen Haken haben und trotzdem sehr beliebt sind. Und damit es jetzt nicht so aussieht, als würde ich nur einen Hersteller bächen wollen, habe ich einfach mal alle zur Hand genommen, die wir auch getestet haben, die in diese Kategorie reinfallen. Was haben die Karten gemeinsam? Sie alle werben mit Geschwindigkeiten von deutlich über 100 MB pro Sekunde, in der Regel irgendwas so 150 bis 180 MB pro Sekunde. Und das, obwohl sie auf der Rückseite jeweils nur eine Kontaktreihe haben. Und wer aufmerksam zugeschaut hat, was jetzt hoffentlich jeder ist, der bis hier dran geblieben ist, hat ja schon erfahren, dass damit eigentlich nur 104 MB pro Sekunde gehen. Um es kurz zu erklären, so wie ich das von einigen Herstellern gehört habe, was man halt macht, ist einfach die Schnittstelle zu übertakten. Ein bisschen wie bei älteren Computern. Kennt vielleicht noch der ein oder andere, so der Turbo-Knopf vorne drauf. So ähnlich funktioniert das hier auch. Und damit kann man eben aus dieser etwas älteren Schnittstelle noch ein bisschen mehr Leistung rausholen. Das Problem, eure Kameras, die ihr habt, machen das nicht. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der hier geworben wird, von deutlich über 100 MB pro Sekunde, erreicht ihr, meines Wissens, in keiner einzigen Kamera da draußen. Egal, wie teuer die ist, die Schnittstelle in den Kameras sind einfach nicht entsprechend übertaktet. Das heißt, das ist fürs Marketing super toll, dass man das raufschreiben kann. Ihr lest dann im Kleingedruckten auch schon, dass es dann immer nur mit ein, zwei, maximal drei Speicherkartenlesern des entsprechenden Herstellers überhaupt möglich ist, das Tempo abzurufen, mit dem hier geworben wird. Und es gibt ein paar Karten, die sind jetzt nicht ganz so picky. Die Kingston-Karte zum Beispiel hat auch in einigen anderen Kartenlesern noch halbwegs funktioniert. Oder der Kingston-Kartenleser vielleicht so rum, war ganz in Ordnung. Der konnte auch mit den Send-Karten noch richtig umgehen. Aber ihr seid da eben fernab der offiziellen Spezifikation. Das heißt, mit irgendeinem Kartenleser, der vielleicht in euren Notebook eingebaut ist, die Geschwindigkeiten zu erreichen, ist auch wieder nicht möglich. Das heißt, wenn ihr das nutzen wollt, was da draufsteht, 150, 160, 170 MB pro Sekunde, müsst ihr auch zwingend eigentlich den passenden Kartenleser von der entsprechenden Firma dazu holen. Und selbst dann kann es noch Probleme geben. Das hatte ich zum Beispiel mit der Lexer-Karte. Da braucht man in die Kartenleser erst noch ein entsprechendes Firmware-Update, damit das richtig funktioniert. Also ihr seht schon, das kann wahnsinnig aufwendig werden, dass man die Performance rausbekommt. Deswegen, ich weiß gerade, die Send-Karten sind sehr beliebt, oft Bestseller. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie sind bei uns im Schnitt langsamer als die Vorgänger. Das heißt zum Beispiel, hier mal ganz explizit, die Xtreme Pro, 170 MB pro Sekunde, hat bei uns im Test im Schnitt, und ich habe einen einzigen Datensatz gefunden, von allen Kameras, wo es nicht so ist, also eine Ausnahme in der Regel gibt es gerade mal, schlechter abgeschnitten als die Vorgänger-Generation, die mit nur 95 MB pro Sekunde wirbt. Also irgendwas scheint das Overclocking und einen Kompromiss, scheint es da zu geben, dass die in der Regel immer noch ein bisschen schlechter abschneiden. Bei Kingston ähnlich, da gibt es eben jetzt die Kingston Go Plus, das ist, sage ich mal, die übertaktete Variante, und die Select Plus, die wir gerade schon hatten, so als Preis-Leistungs-Tipp. Und auch da, in quasi allen Kameras-Realtests, geht hier nur so um Prozent in etwa Unterschied, war aber reproduzierbarer die günstigere Karte schneller in den Kameras, und die Go Plus kann wirklich nur im Kartenleser punkten, wenn ihr den passenden habt. Ist es jetzt ein Fehler, wenn ich mir die Karte schon gekauft habe? Ja, ganz klar, nein, es sind weiterhin gute Speicherkarten. Ihr müsst einfach nur wissen, es gibt tendenziell mehr fürs Geld, und da ist dann so ein kleines Aber, was sich ranhängen würde. Gerade die Send-Eskarten sind sehr oft in irgendeinem Zell mit drin, die gibt es dann doch nochmal 20, 30, 40 Prozent günstiger teilweise, und dann sind die natürlich richtig spannend. Das heißt, jetzt gerade mal hier zum Beispiel so eine Xtreme 150 MB pro Sekunde, ist übrigens interessanterweise beim Schreiben gar nicht langsamer an Kameras als die Xtreme Pro 170 MB pro Sekunde, warum auch immer. Wenn ihr die holt, und die ist mal im Angebot, und ihr bekommt, weiß ich nicht, 128 GB für 16 Euro, klar, schlagt zu. Also natürlich immer noch ein Top-Preis-Leistungsverhältnis, aber wenn es jetzt gerade nicht rabattiert ist, würde ich in dem Preisbereich definitiv eher zur genannten Kingston-Karte greifen. Oder wenn ihr sagt, naja, ich hätte gern schon ein bisschen mehr Leistung, oder ich will die höhere Lesegeschwindigkeit einfach auch an anderen Kartenlesern nutzen können, vielleicht im Notebook oder sonst wo, dann schon die genannte Sony E-Serie oder die Lexa 1667-fach. Ihr könnt die Leistung einfach überall abrufen. So, das war es mit dem kleinen Wend- oder Infokurs am Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst für dieses Video gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, wenn ihr spezielle Fragen habt, oder einfach mit einer noch aktuelleren Preis-Leistungsempfehlung mal nachschauen wollt, geht auf speicherkarten.guru, ja, nicht minusguru.de, was auch immer, punktguru ist wirklich die Endung. Oder macht es euch noch einfach, klickt auf den Link hier unten in der Videobeschreibung drauf. Wie gesagt, wir haben sehr viele Karten mit sehr vielen Kameras getestet und da bekommt ihr stündlich aktualisierte Preise. Könnt reinschauen, was gerade so der Preis-Leistungstipp ist, was genau für eure Kamera die beste im Sinne von schnellste Karte ist. Schaut da gerne rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.